Hallo liebe Fußballinteressierte, heute ist unser letzter Trainingstag für das Spiel der Spiele, denn am 24.06. am Samstag steigt um 18 Uhr die Ost-Bundesliga-Auswahl gegen die Prominenten aus Lauchemer und Umgebung und natürlich im Vorfeld das internationale Damen-Fußballturnier. Und wer die Damen schon mal auch ein bisschen persönlich kennenlernen möchte für ein Gespräch, der kann gerne am 23. um 19 Uhr an dem Bioturm sein, denn dort werden sich alle Damen-Fußballmannschaften für das Turnier mit vorstellen. Ich freue mich riesig drauf, seien Sie dabei an diesem Festwochenende.